Wie funktioniert die Barriere bei einem Bonuszertifikat? Neben dem Bonus ist die Barriere eine entscheidende Kennzahl eines Bonuszertifikates. Dieser Kurs, der beim Kauf eines Bonuszertifikates bekannt ist und sich auch während der Laufzeit niemals ändert, sollten Anleger immer im Blick haben. Beim Bonuszertifikat auf eine Aktie etwa gibt die Barriere den Kurs der Aktie an, den die Aktie während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten sollte. Hält diese Barriere, so wird dem Anleger am Ende der Laufzeit mindestens der Bonusbetrag ausbezahlt. Wichtig dabei, es zählt jede Sekunde. Wenn die Aktie während der definierten Handelszeit einmal auf oder unter die Barriere fällt, erlicht Ihre Chance auf Auszahlung des Bonusbetrages. Die Laufzeit des Bonuszertifikates ändert sich dadurch nicht. Die relevanten Handelsplätze und Handelszeiten finden Sie übrigens im jeweiligen Prospekt. Die Laufzeit des Bonuszertifikates